Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Heute mit dem zweiten bzw. dritten Teil vom Community Run. Viel Spaß mit den Highlights. Wir hatten beim letzten Mal, haben wir Godric besiegt. Wir haben viele Kleinigkeiten gemacht, sehr viele Runen schon geholt. Den Goldskarabeus war in der Drachenhügelhöhle. Wir haben hier den Gargoyle besiegt. Haben also schon richtig gut Progress gemacht. Wir waren schon in Festung Geheil und sogar auch in Festung Heid und haben das Medaillon geholt. Wir waren in Sofria unten. Das finde ich auch richtig nice. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch der Gang. Stimmt, Halbinsele Tränen haben wir gemacht und jetzt können wir nach Junia. Und was ich auch ganz vergessen habe, Tatja war so lieb und hat mir die Rüstung und auch die Krone hier besorgt. Hallo. Vielen, vielen Dank. Also, was ich auf jeden Fall brauche oder was wir gleich als erstes machen, ist da hinten die goldene Insignia. Brauchst Invader, Tatja. Ja, wir brauchen Invader. Da haben wir schon Invader. Tatja. Ey, das läuft ja heute richtig wie geschmiert. Das will ich, dass das genauso weiterläuft die nächsten 6 Stunden. Das war ja ein kurzes Vergnügen. Ach, sind wir direkt wieder raus, weil wir nicht rein können. Ja. Ja, dann müssen wir... Alle wieder raus, alle wieder raus und alle hier nochmal neu legen. Okay. Das ist halt echt kacke, ey. Du hast doch die stärksten Waffen ausgesucht, Nobu. Was hast du da? Das sind Spaltexte. Die heißen zwar Axt, sind aber eigentlich vermag. Alter. Let's go. Oh, das war's schon. Und dann kommt's da, ey. Tschuldig. Das ist das beste Waffen-Spiel. Hammer. Hammer. Nee. Spaltext. So, wo willst du denn jetzt hin? Ja, einfach mal hier so geradeaus und dann... Wie gesagt, ich will noch Latena machen gerne und die Blutflammenklinge. Und sonst habe ich keinen Plan. Ich glaube, da vorne sogar schon. Super Ghost Kamikaze-Attacke. 10 Geister für's Finish. Die Frage ist, zählt Kamikaze hier? Ja, ja. Ich muss mich erstmal eben killen. Mal gucken, wie lange ich überlebe. Ja, Tatja, kill mich mal. Kill mich, Tatja. Nein, Tatja. Nochmal, 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 nochmal. Nochmal, nochmal. Kill mich doch, du Scheißvieh. Ja. Geschafft. Ansonsten vielleicht ins Albinaurek-Dorf auch. Da müssen wir auch einmal hin. Sehr schön. So, jetzt auf jeden Fall, wir müssen hier einmal nach links zu den Albinaureks. Kristallhöhle am See. Ah, da kann ja auch Nobu oder Belia wieder mit gerne dabei sein. Also dort einmal euer Zeichen legen. Der muss weg. Oha, oha. Was war das denn? Geil. 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 Geile Attacke, Tuk Tuk. Da sind auch schon. So will ich das sehen. Ich liebe es. So macht das Bock. So macht das übel Bock. So, was ist hier für ein Bluthundritter? Oh, gut, dass ihr dabei seid. Okay. Was sagst du dazu, Skoppel? Ah, so eine Attacke kann ich auch. Tadja stellt sich gerne zur Verfügung. Das ist lieb. So, ihr seid jetzt weg wahrscheinlich, ne? Ähm, da kommt ein Invasion. Nobu. Nobu. Hab's geriecht. Haut ihm weg. Jin Sakai. Oh, Mann. Hä? Hä? Geil. War das der Angriff von... Das ist so extrem unausbalanciert auf niedrigen Leveln. Das ist lächerlich. War es die Attacke von Godfrig? Oder deine? Ja. Die Attacke von Godfrig. Geil. Godfrig, der PvP-Killer. Wenn du davon getroffen wirst, bist du tot. Ich würde sagen, hier unten, die Gruft machen wir auch, ne? Direkt links hier unten. Der ist schwerer als gedacht. Oh, der darfst du gut leben. Krass. Was ist die Scheisschnecke? Ah, rein. Ah, verdammt. Schön. Ich würde sagen... Jetzt geht's ran an den Drachen hier, ne? An den Drachen. Dann treffen wir uns alle bei herabgestürzt zu Ruinen des Seenlands. Ihr habt zwei für das Siegel. Der zweite wird Ranella. Und da machen wir Radar. Dann gehen wir aufs Altos-Plateau und da machen wir Radar. Oh, Radar zu meeren, das wird toll. Geil. Das wird geil. Sag es doch, wie es ist. Wird schrecklich. Das wird geil. Geil wird das. Willst du hier noch die Saat holen, hier an der Ecke? Ja, will ich. Oh ja, hier beim Grab, bei den Gräbern muss ich auch noch einsammeln. Den Drop überlebt man. Oh, komm jetzt, man geht nach. Ja, überlebt man anscheinend nichts. Den Drop. Hä, wo ist hier? Hier ist hier eine Grace? Ja. Bisschen weiter vor den Drachen. Wurste ich ständig den Weg in den Drop. Oh, das wäre gut. Nerdlich von... Jo, ich war wieder. Jo. Hallo. Hallo, Skoppel. Ja, ich bin gesprungen. Aua. Aua. Äh, viel abgezogen haben wir ja noch nicht, Gottfreak. Ich hoffe, du machst den Platz. Hallo. Ah, es hängt ja wieder da hinten. Ähm, Belia, sag mal schnell. Ich hole mal hin. Hier, schnell, bei der Gnade brauche ich einen neuen. Ich habe doch was gehört. Ich habe doch was gehört. Wo ist es? Ah, hier. White. Sehr schön. Ich gucke mir das Spektakel von hier oben an. Rein in den Kampf? Nee, nee, nee. Du willst mich nur töten. Ich kenne dich. Sonst macht es keinen Spaß. Really? Du hast doch vier Minuten. Okay, ich gehe rein in den Kampf. Stimmt, sterbe ich jetzt direkt. Ich habe nichts mehr zu heilen, ne? Ich gehe rein in den Kampf, wie ihr wolltet. Ah, ihr braucht mich einfach als Hilfe, weil ich so ein Monster bin im Spiel. Also, niemand ist stärker gegen Drachen als ich. Das ist ja klar. Ich bin schon ein krasser Drachenkiller. Ja. Chillig. War doch einfach. Aber ich das liebe, wenn ihr schon zwei sind. Tuk Tuk, let's go. Ha. Oh nein, ich wollte ihn stabben. Drauf, drauf, drauf. Geil. Also bleibt da im Plan. Haus Caria. Ranella. Und dann gehen wir runter zur Einzel. Also doch nützlich. Geil. Ups. Oh, Mann. Jump and run in soul's time. Ah. Ah. Schmiedestein 3. Schmiedestein 3. Ui. Oh, oh, oh. Okay, hat noch geschafft. Oh, was gibt's hier? Oh, geheimes Gebiet. Geheimgebiet gefunden. Ha. Zack. Das ist sowas von nicht geheim. Doch. Das war voll geheim, Nobu. Du sagst es jetzt nur. Dass es nicht so peinlich für dich ist. Aber eigentlich wusstest du was nicht. Das war das absolute Top-Geheimgebiet. Das Top-Secret-Gebiet. Noch ein Dreier. Noch ein Zweier. Noch ein Dreier. Geil. Ein Zweier. Drei Einser. Müll. Das war richtig Müll. Ey, 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 ey. Boah, fast gestorben. Das würde mich jetzt auch interessieren. Ey, ich muss durch. Ich bin Arzt. Nächster Stopp Haus Carrier. Ach hier gibt es Klangperle 1. Stimmt, ganz vergessen. Da liegen sie schon. Ich liebe es. Tuk Tuk und das ist Nobu. Chillig. Ich liebe das, wenn ich zu einer Gnade hinkomme und da liegen einfach schon zwei Zeichen. Perfekt. Es ist jetzt schwierig ohne Pferd auszuweichen. Ja, renn einfach. Renn einfach. Renn. Geh auf Nobu. Renn. Geh auf Nobu. Auch gute Taktik.